In der whalischen Stadt Bangor ist es in einem indischen Restaurant fast zu einer Tragödie gekommen. Hier hat sich ein Restaurantgast am Essen verschluckt und drohte infolgedessen zu ersticken. Der Kellner reagierte aber sofort und schnappte sich den jungen Mann, um ihn mit einem gezielten Griff von seinem Leid zu befreien. Durch einen gezielten Griff, der bei solchen Situationen üblich ist, schafft es der Kellner, dem Mann das Leben zu retten. Dieser ist sichtlich glücklich, nachdem die Gefahr endlich bereinigt ist. Er bedankt sich euphorisch bei dem aufmerksamen Kellner. Das Restaurant wird dann künftig wahrscheinlich noch öfter von ihm besucht. Solch ein Lebensretter gibt es nämlich nicht in jedem Laden.